Gude und willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge Godus. Ja, wir versuchen ja gerade quasi unsere Leute ein bisschen dazu zu zwingen, endlich mal wieder Gems abzubauen. Das hat jetzt hier auch soweit ganz gut geklappt. Jetzt müssen wir nur noch da die Leute rüberbringen. Moment, ich muss mal kurz die Karte drehen. Können die da gerade nicht mehr hochlaufen, oder was? Oh. Und gut. Dass die auch immer so schwer vom Begriff sein müssen, die Leute. Ja. Jetzt könnt ihr aber doch hochlaufen, oder? Ach komm. Jetzt ist es aber auch mal gut. Ihr sollt nicht nur einen Arm ausstrecken, ihr sollt auch was... ...arbeiten. Hm. Ihr sollt hier keinen Hitlergruß machen. Ihr sollt was schaffen. So vielleicht. Das ist den Damen und Herren jetzt so genehmer. Ne, immer noch nicht, ey. Wollt ihr da oben auf die Spitze vom Berg, oder was? So, gut. Immerhin einer fängt jetzt mal an zu hacken. Und der zweite auch noch. Auf. Traut euch. Traut euch. So. Nur zwei hackt auch. Komm schon. Noch fünf Stück. Ja. Sehr gut. Na gut, ich komme gleich mal wieder. Ich gucke mir jetzt mal an, ob die da... Moment. Ob die hier noch was schaffen? Nein, da arbeitet natürlich keiner. Hey, da ist eine... ...Karte habe ich gerade entdeckt. Komm schon. Mach ein Loch. Sehr gut. Noch ein bisschen Tinte. Fehlen uns noch acht. Das wird noch eine ganze Weile dauern, glaube ich. Obwohl wir unserem Ziel der Kartografie langsam aber sicher näher kommen. Was wollen die eigentlich hier die ganze Zeit bauen? Hier ist doch gar nichts mehr. Oder? Ach, da. Okay. Hier will irgendwie aber keiner mehr hin. Ich mach das... Ich schmeiße das Totem nochmal an. Ja. 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 Laufen die jetzt wenigstens alle zum Totem, oder? Nee. Scheint nicht so. Boah, nervt mich das, ey. Kommt schon, Leute. Noch ein bisschen arbeiten. Nicht mehr viel. Nur ein bisschen. Ich frage mich echt manchmal, von was es abhängig ist. Ob die anfangen zu arbeiten oder nicht. Ich glaube, das werden wir nie erfahren. So, ich schütte das jetzt hier einfach ans Mal zu. Vielleicht kriege ich sie ja dann irgendwie ein bisschen zum Arbeiten. 70. Gut, das langt mir eigentlich schon. Jetzt muss ich irgendwie, muss ich es schaffen, hier in die Mitte ein Haus zu bekommen. Ich weiß, glaube ich, auch schon, wie ich das mache. Ich mache jetzt überall, mache ich es so, dass die hier keine Häuser mehr hinbauen können. Sondern nur noch hier in die Mitte will ich eins. Mal gucken, ob der jetzt da hinläuft. Ob ich hier noch irgendwo einen Bauplatz übersehen. Nee. Sieht ganz gut so weit aus. Unsere Riesenfresse kann man übrigens noch weiter ausgraben. Wurde mir gesagt. Aber das hat eigentlich, ehrlich gesagt, jetzt noch keinen Sinn. Deswegen werde ich das auch nicht tun. Das wäre meiner Meinung nach auch noch eine ziemliche Zeitverschwendung gerade. Wobei, Zeit haben wir gerade genug. Wir können ja gerade leider nicht mehr so viel tun. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? 846, sauber. Das geht doch jetzt relativ fix. Und wenn sich hier endlich mal einer erbarmen würde, da noch ein Haus hinzuzimmern. Oder wolltet ihr die jetzt erst alle reparieren? Oder wie? Achso, du kommst da gar nicht hoch, mein Freund. Ja, komm, ich geb dir hier noch einen eigenen Bauplatz. Komm, bau das hier. Ach. Tu es. Oder magst du nicht? Hm, er mag scheinbar nicht. Ja. Ja, sehr gut. Endlich rennt er da hin. Gut, dann lasse ich den das mal fertig bauen. Und dann werden wir hier noch mehr Farmen anlegen. Das hier werde ich leider kurz mal einreißen. Ja, es tut mir leid. Hier kommen so das ein oder andere Haus. Das lasse ich euch noch bauen, aber ich brauche leider dieses Land. So, für jeder von euch darf ich jetzt noch ein kleines Häuschen bauen. Das war auch gut. Der hier steht immer noch rum und macht eine komische Geste. So ein Goku. So ein Goku mit roten Haaren. So, bis der das Haus fertig hat, gehe ich noch mal kurz gucken. Ob es endlich ein paar Diamanten noch gibt. Hier natürlich immer noch nicht. Ich mache nur kurz das Totem aus. Naja, interessiert ihn aber nisch. Ist ja ein Bauer. Aber hier haben wir ein paar sehr schön. So. Hier könnte er jetzt aber auch mal abbauen gehen. Ja, äußerst freundlich. Da habt ihr genug zum abbauen. Da könnt ihr ruhig anfangen mit. Aber das scheint ihm nicht zu bocken. was soll ich mir noch mit euch machen, ey. Ich wäre ja gern ein zorniger Gott, ein jähzorniger Gott, aber damit komme ich ja auch nicht weiter. Dadurch fangen sie ja trotzdem nicht an zu arbeiten, die Säcke. Was ist denn hier eigentlich los? Was wollt ihr denn gerade bauen? Oder wollt ihr nur reparieren? Ja. Oh, jetzt klingt mein Telefon. Moment. Da bin ich wieder. Ich wusste, ich wusste, dass das ein schneller Anruf ist, deswegen habe ich jetzt mal keinen Cut gemacht. Bist du fertig da drüben? Da. Ja. Ja, sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das gibt's nicht. Warum baust du keine verfickte Siedlung dahin? Das gibt's noch nicht. So, was haben wir denn hier von der Karte bekommen? Town Planning. Was ist das denn hier? Hm. Da. Was bringt die denn? Ah, die kann man dann... Ach, das ist ja praktisch. Das... Man kann dann die Hütten verschieben. Das ist natürlich cool. Was bringt denn das hier eigentlich? Das Village? Achso. Also nur Städte. Hm. Das regt mich aber grad ultimativ auf. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie mich das grad aufregt. Ach. Na gut, dann baue ich halt... Hier, keine Ahnung was hin. Oder können die da hochlaufen? Ja, die können da hochlaufen. Also mach ich hier mal ne richtig riesige Farm draus. In der Hoffnung, dass sie auch einen riesigen Ertrag bringt. Komm Baby, gib mir riesige Farben. Ja. Ja. Dann geht das auch alles ein bisschen schneller mit den Seeds. Nee. Du machst... Du feinst hier mal nix anzubauen, mein Freund. Oder doch? Schade. Mist. Aber der ist zu weit weg. Der Bereich hier. Da kommen die nicht hin. Dann mach ich den gerade mal ein bisschen anders, ein bisschen radikaler. Mach hier noch den anderen, einen oder anderen Feldplatz möglich. Wie sie sich freuen. Oder? Ja. Das scheint aber nicht zu klappen gerade. Ich frag mich aber jetzt, warum... was ist das für ein scheiß Bug, dass hier keine Siedlung entstanden ist? Was ist denn das für ein Rotz? Das verstehe ich nicht. Na gut, dann lass ich dir halt jetzt nochmal ein paar Häuschen bauen. Ich hab Spaß. Und es wird Nacht. Ich hoffe es gibt nicht schon wieder einen Sturm, da habe ich jetzt nämlich gerade gar keine Nerven für. So. Wie viel bringt die hier? Die wird, schätze ich mal, auch so um die 1000 bringen. Weil wir hatten ja hier drüben schon mal eine ganz große... Moment. Wo ist es? Hier hatten wir doch auch irgendwo unseren Farmbereich schon gebaut. Ah, aber hier geht es langsam voran mit dem Abbauen. Kartografie. Immerhin. Sieben Stück bauen wir noch, das schaffen wir. Oh, ich hoffe, wir haben zu stören. 1A. Dann hier immer so der Bildschirm verzerrt wird. Das verstehe ich nicht so ganz. Aber ich habe noch einen Design-Champ. Und mein Rüder sagte mir, dass die Fondschirm nicht mehr ist. Dann wirst du schon sehen. Ich habe noch. Ich habe noch einen